Musik Riesiger Po-Kracher, der Drill vom Schlauchboot war der Wahnsinn. Und solche Fische fordern einem natürlich alles ab. Schlauchboote sind bei der Wallerfischerei mit die wichtigsten Helfer. Und ich vertraue seit Jahren Mischenkräftbooten. Im Hintergrund seht ihr mein wichtigstes Hilfsmittel. Momentan benutze ich das Mischenkräft Panther in der Länge von 320, bestückt mit einem 6 PS Außenborder. Perfektes Boot, um schnell auf dem Fluss unterwegs zu sein, um große Fische drillen zu können oder auch mal um einen Platzwechsel mit Teckel machen zu können. Absolut top. Ich fahre mit dem Boot in die Steinpackung, in die Hecken rein. Das Boot macht alles mit. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. Schass ein Kalb, Jungs. Schass ein Kalb. 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 Schass ein Kalb.